3.309 zu 55 Koslowski sagt dem Block an, möglichst lange zu warten. Das machen seine Spielerinnen dann auch und es ist Maren Fromm, die den Punkt im Block holt. Da ist die Freude groß, Geduld zahlt sich aus 3.109 zu 53, die Führung ist auf 4 Punkte angewachsen, nachdem es beim Blockversuch der Mexikaner eine Netzberührung gab. Deutschland darf jetzt nicht den Fehler machen, das zu leicht zu nehmen. Vor allem Semen Fabrizio und Andrea Rangel sind brandgefährlich beim Gegner, 2.909 zu 50 gefühlvoll legt Gründing den Ball mit dem Einweiner über die Netzkante. Die Deutschen halten ihren Vorsprung, 2.709 zu 47 Semen Fabrizio hat ihren Aufschlag bislang immer durchgezogen, nun entscheidet sie sich zur Abwechslung für den kurzen Trickaufschlag. Der landet jedoch nur im Netz, so dass Deutschland mit 8 zu 5 in die technische Auszeit geht. Das sieht gut aus für die Schmetterlinge in dieser Phase, 2.409 zu 44 Denise Hanke kommt immer mehr in Fahrt. Nach schöner Annahme von Jennifer Gertys vollendet Hanke trocken am Netz. Deutschland setzt sich mit 3 Punkten ab. 2.209 zu 41 Satz 2 beginnt mit einem Side-Out für Mexiko, weil Lippmann der Ball verspringt und Hanke dann nicht mehr retten kann. Im nächsten Angriff schlägt Lippmann den Block an und der Ball geht ins Aus, das ist das 1 zu 1, 2.109 zu 39 und 30 Fazit 1. Ein lange Zeit ausgeglichener erster Satz geht dank eines furiosen Schlussspurts mit 25 zu 19 an, die Deutschen. Der Favorit konnte sich lange nicht absetzen, zwischenzeitlich führte Mexiko mit 2 Punkten Vorsprung. Eine deutliche Steigerung beim Aufschlag und kürzere Ballwechsel brachten die Wände. Darauf kann man im nächsten Satz aufbauen, 2.109 zu 37. Plötzlich läuft auch der Aufschlag gleich zwei Asse am Stück gelingen Jennifer Gertys. Das sind dann auf einmal fünf Satzbälle am Stück und Maren Fromm macht mit dem ersten Versuch gleich den Sack zu. 1909 zu 34 Deutschland hat die Partie wieder gedreht und sich nun seinerseits eine 2-Punkte-Führung erspielt. Also richtig frisch wirkt das alles noch nicht. Jetzt heißt es erstmal, Satz nach Hause bringen. 1709 zu 30 Dabei kann es so einfach sein Annahmelenker Dirk, die leitet weiter auf Lisa Gründing und deren Zuspiel nach links außen vollendet Luisa Lippmann trocken. Da haben sie das erste Tempo gut ausgenutzt. Sie müssen weiter den Druck erhöhen. 1609 zu 28 Die MexikanerInnen ziehen den Hebel an und nutzen eine Schwächephase der Deutschen für einen 2-Punkte-Vorsprung. Koslowski ist nun gefragt, damit seine Spielerinnen wieder in die Spur finden. Momentan ist das zu fehlerhaft. 1309 zu 26 Jetzt ist die Challenge mal daneben gegangen. Die Schiedsrichterin entscheidet auf Netzberührung vom deutschen Block, aber keine will etwas gemerkt haben. Also lässt Koslowski das prüfen. Tatsächlich hat das Trikot von Denise Hanke das Netz berührt. Also doch Punkt für Mexiko. Zweimal darf man in einem Satz bei einer Challenge falsch liegen. 1009 zu 23 Der Gegenpart Sumaren Fromm ist bei Mexiko Andrea Rangel. Sie ist als Kapitän mit gerade einmal 25 Jahren die Älteste. Das junge Team hält weiterhin gut mit und entscheidet die langen Ballwechsel meist für sich. Para Quintero schmettert ihr Team erstmals in Führung zum 11.10.809 zu 19 Mexiko hat mitunter noch Probleme bei der Annahme, aber sie gleichen es immer wieder durch gute Angriffe aus. Es ist bislang ein enger Satz, in dem Deutschland durch den Punkt von Lisa Gründing mit 8 zu 7 in die erste technische Auszeit geht. 409 zu 17 Melanie Guadalupe Para Quintero ist erst 16 Jahre alt und damit das Küken im mexikanischen Kader. Sie tritt in den ersten Minuten sehr abgeklärt und gleich durch einen angetäuschten Smash am deutschen Block vorbei zum 5 zu 5 aus. 409 zu 15 Es gibt die erste Challenge von Felix Koslowski, der nicht versteht, warum Mexiko einen Punkt zugesprochen bekommt. Einen Tusch gab es offenbar nicht, also wird der Zähler doch den Deutschen zugesprochen. 209 zu 13 Deutschland startet schwungvoll in die Partie. Top-Scorerin Luisa Lippmann ist gleich mal mit einem schönen Angriffsball zur Stelle. Damit baut sie die Führung auf 3 zu 1 aus, 9 Uhr 4 für Gegner Mexiko ist das heute ein richtungsweisendes Spiel. Der Auftakt Niederlage gegen Kamerun 1 zu 3 folgte ein klarer Sieg gegen Argentinien 3 zu 0, ehe das Team von Trainer Ricardo de Jesus Naranfopons eine 0 zu 3 Pleite gegen Japan verdauen musste. Sein Team gilt bei der WM als Außenseiter, zuletzt belegte Mexiko 2014 Rang 21. Der 10. Platz im Jahr 1974 war das bislang beste WM-Resultat Mexikos. Dennoch sollte Deutschland den Gegner nicht unterschätzen. 8.52 Uhr mit einem Sieg gegen Mexiko und bei optimalem Verlauf kann schon heute oder am 4. Spieltag der Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht werden. Wir wollen die Top 10 erreichen, da sind wir auf einem sehr guten Weg, sagt Luisa Lippmann. Die Diagonalangreiferin ist absolute Leistungsträgerin im Team und wird nach der WM erstmals im Ausland bei Florenz spielen. Doch ihr Fokus liegt erstmal nur auf dem Turnier. Jetzt ist erstmal die WM in meinem Kopf, die Aufregung kommt wahrscheinlich erst danach, so Lippmann. 8.47 Uhr gegen Argentinien spielten die Schmetterlinge ähnlich konzentriert wie in den beiden ersten Spielen, doch der Block der SüdamerikanerInnen stellte die Mannschaft immer wieder vor Probleme. Ihr zweite Satz war unnötig eng geworden, nachdem Deutschland einen hohen Vorsprung hergegeben hatte. Beide Teams vergaben Satzbälle, ehe Deutschland die achte Chance nutze. Da kam es den Deutschen gerade recht, dass es im Anschluss einen Ruhetag gab. 8.41 Uhr nach einem überzeugenden 3-0-Sieg über Japan gelang auch gegen Argentinien ein glatter Durchmarsch. Das Auftaktspiel hatte das Team von Trainer Felix Koslowski trotz guter Leistung 1-3 gegen Favorit-Niederlande verloren. Aktuell liegt Deutschland damit auf Rang 3 hinter Oranier und Gastgeber Japan. Bis zu diesem Zeitpunkt können wir mit unseren Auftritten sehr zufrieden sein, sagte Kapitänin Maren Fromm. 8.33 Uhr Hallo und Willkommen aus Yokohama. Bei der Volleyball-WM der Damen steht der dritte Spieltag in der Gruppenphase an. Deutschland bekommt es in der Gruppe mit Mexiko zu tun. Los geht es um 9 Uhr deutscher Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017